Herzlich willkommen zu diesem neuen Video der Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie ganz einfach prüfen, ob Ihr gesuchtes Medium in Freiburger Bibliotheken vorhanden ist und wie Sie das Buch via Fernleihe bestellen können. Im Video eines dieser Reihe hatte ich den Service Fernleihe vorgestellt und dargelegt, was bei einer Fernleihe zu beachten ist. Falls Sie das Video noch nicht gesehen haben und den Service Fernleihe noch gar nicht kennen, empfehle ich Ihnen das Video 1 anzuschauen. Angenommen, Sie benötigen für ein Seminar den Titel Blind Date – Sportpsychologie von Renate Eichenberger. Wenn Sie den Titel im Katalog Plus der PH Bibliothek nicht gefunden haben, führen Sie bitte eine Recherche im Katalog Plus der UB durch. Hier ist der Bestand der Freiburger Bibliotheken verzeichnet. Wenn Sie den Titel hier auch nicht finden, können Sie mit der Bestellung einer Fernleihe beginnen. Ich wechsle nun auf die Seite der PH Bibliothek. Auf der Homepage der Bibliothek unter Ausleihen – Fernleihe finden Sie die Informationsseite zu dem Service Fernleihe. Unter Direktlinks oder unter Bestellung finden Sie einen Link zum Recherche- und Bestellportal der Fernleihe. Bitte melden Sie sich unter Login mit Ihrer BenutzerInnenkennung und dem Passwort an. Falls Sie kein Hochschulmitglied sind, ist die PH BenutzerInnenkennung Ihre Bibliothekskontonnummer. Das Passwort ist das gleiche Passwort, mit dem Sie sich auch in das Bibliothekskonto einloggen. Recherchieren Sie dann nach dem gewünschten Titel. Mit Klick auf den Titel sehen Sie die bibliografischen Angaben zum Buch. Im Reiter Fernleihe finden Sie die Information, dass der Titel bestellbar ist und im Reiter Bibliotheken können Sie alle Bibliotheken einsehen, die dieses Buch zur Fernleihe anbieten. Wie Sie rechts sehen können, ist es möglich, das komplette Buch oder auch nur einzelne Kopien zu bestellen. Ich klicke weiter auf Fernleihe und tätige den Button Fernleihe bestellen. Super, hier sind schon alle bibliografischen Daten ausgefüllt. Hier entscheiden Sie sich jetzt, ob Sie das komplette Buch oder eine einzelne Seite als Kopie bestellen möchten. Wählen Sie Kopie, müssen Sie an dieser Stelle die AutorInnen, den Titel und die Seitenzahl des Aufsatzes ergänzen. Da Sie aber in diesem Fall das komplette Buch benötigen, wählen Sie Laien. Nun sehen Sie die Lieferbedingungen. Voreingestellt ist hier, dass eine andere Ausgabe geliefert werden könnte. Für unseren Titel spielt das keine Rolle. Der Haken kann also drin bleiben. Hier können Sie außerdem noch wählen, wenn Sie das Buch auch in einer anderen Sprache lesen würden oder wenn auch eine Kopie des Buches für Sie in Frage kämen, wenn das Original nicht verfügbar wäre. Als nächstes sehen Sie das Kästchen mit den zusätzlichen Kosten. Bei Fernleihbestellungen, bei denen ganze Bücher bestellt werden, fallen keine zusätzlichen Kosten an. Der Aspekt zusätzliche Kosten ist dann interessant, wenn Sie mehr als 20 Seiten Kopien bestellen. Bestätigen Sie dann noch mit einem Klick, dass Sie die Medien nicht für kommerzielle Zwecke verwenden und klicken auf den Button kostenpflichtig bestellen. In Ihrem Bibliothekskonto werden 1,50 Euro Fernleihgebühren vermerkt. Sobald das Medium für Sie bereit liegt, bekommen Sie eine E-Mail. Auf der Seite der Fernleihe unter Downloads finden Sie übrigens auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Durchführung einer Fernleihe. Bei Fragen rund um das Thema Fernleihe und Dokumentlieferdienste bekommen Sie unter der E-Mail-Adresse alv.phb.ph-freibu.de Hilfe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald!